Wie ihr wünscht. Ja, mein Scher, aber natürlich, Schätzchen. Oh, Schreckenswölfte. Wie kann ich nicht da? Worum geht es diesmal? Ich werde mich in Hand umgehen, darum zu machen. Ich bin verletzt. Hau. Das ging schnell. Ja? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist? Machen wir es mal verletzt! Puh. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Ja, wie ihr wünscht. So, Kegain hat eine Stufe. Yay. Ich hab keinen Bock zu haiden. 15 Lebenspunkte. Ein zusätzlicher Punkt auf die Axt. Wobei, Kampfstil mit Waffe. Wäre auch nicht mal schlecht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Komm, warum denn ich? Worum geh? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Sch, wenn das euer Wunsch ist. Ollo, nao, na. Sagt, versucht, schritt zu euch. Sprecht, unverschwindet. Wir haben keinen Bock zu in Ordnung. Für, wenn das euer Wunsch ist. So, hier ist nichts. Hier unten geht's lang und hier geht's lang. Wow, Falle. Okay. Okay. Hier ist allerdings nichts. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es diesmal? Komm, warum denn ich? Ich versuch's, schritt zu halten. Für, mit Vergnügen. Noch eine Falle. Ich brauche Bier. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, Pfeile. Zu weit entfernt ist nicht so toll. Das sind beißende Pfeile. Davon hat sie schon ein paar. Und das hier sind Durchbohrungspfeile. Was ganz nett ist. Mit Vergnügen. Wie kann ich... Das sind Widerschreckensläufe. Ja, das sind Widerschreckensläufe. Worum, wie ihr wünscht. Oh, ein Vampirwolf. Hm, alles, wie ihr es neben Geld ist. Sagt an. Na, wach mal unwirksam. Da müssen wir mal mit Magie nachhelfen. So, was liegt hier? Zwei Tränke. Wie kann ich helfen? Und ein Flammenstab. Flammenstab ist immer... Böse. So, du kannst mal eins von dir nehmen. Wir haben ja genug gerade. Noch zwölf Schreckenswölfe, aber hier geht's nicht weiter. Na, warum denn ich? Worum geht? Ich werde mich im Handum bringen. Komm, hörst du jemand anderem. Ja? Ich werde mich im Handum bringen, darum kümmern. Mein Mist. Ah, mein Lebenssaft verrinnt. Mist. Okay, hier haben wir den... Ja, mein Mitvergnügen. ...Vampirwolf schon getötet. Ich habe keinen Bock zu helfen. Ragt an. Sicher. Wie kann ich helfen? Worum... Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Ich tue mich aber natürlich, Schätzchen. Ja? Wie kann ich... Ich fühle mich so ziemlich. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. So, dürfen wir jetzt in Ruhe flündern? Bügelrisenstärke. Ähm... ...Eisfeile. Säurepfeile. Ein Gegengift, das kein Gegengift ist. Und Brandöl. Die Geschichte der Schwestern von Licht und Dunkelheit. Ja, Ulcasters staubiges Geschichtsbuch. Das ist das, was wir ihm bringen können. Ja, wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. So, P, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen, weil es nur in diese eine Richtung ging. Wie kann ich helfen? Ah. Wie ihr wünscht. Gegner sollten hier unten allerdings keine respawnen. Jedenfalls hoffe ich das doch sehr. Dann können wir uns den Rest noch angucken. Und Ulcasters ein Buch bringen. Dann können wir zum freundlichen Arm reisen. Dort rasten und uns heilen. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht, wie ihr wünscht. Für, aber natürlich, Schätzchen. Ja, ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Bitte vergnägen. Oh, Schleime. Pocker galott. Wie kann ich helfen? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Spiegeleaugentrank. 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 Aha. So, das war's hier unten in Ulcasters Schule. Oh, jetzt müssen wir nur noch Ulcasters. finden. Und wir müssen uns alles finden. das probleme soll kassel weiß gott woher immer wieder rum ernsthaft wo ist dieser geist woher und 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 und